Hallo ihr Lieben, da bin ich auch schon. Diesmal heute mit einem Resin-Kraft-Update. Kraft-Update, genau. Und als erstes wünsche ich euch allen, allen meinen Zuschauern, einen ganz tollen Valentinstag, viele liebe Grüße und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich habe Blumen bekommen und ein bisschen Schoki von meinem Mann und von meiner Tochter und da habe ich mich sehr gefreut. Und bevor ich jetzt lange sammle, fange ich auch am besten gleich mal an. Hier ist schon alles drauf, das packe ich mal zur Seite und dann geht es auch schon los. Und zwar habe ich so kleine Herzen gemacht. Da ist so ein kleines Löchlein drin und da habe ich so eine Strassblüte aufgesetzt. Ja, ein bisschen Glitzer habe ich drin, orange Glitzer. Von hinten ist es so gelassen. Vielleicht mache ich die Ränder noch ein bisschen glatt, die sind noch ein bisschen scharfkantig. Aber ja, ich denke, das werde ich noch machen. Genau, von diesen Herzen habe ich einige gemacht. Mal gucken, hätte ich ja auch mal vorher sortieren können, weil nämlich auch Magnete wieder dabei sind. Dann habe ich so ein Herzchen. Ja, ja, so ein Herzchen, genau. Mit, hier ist dieses Loch, da habe ich gar nichts reingesetzt mit einem kleinen Schlüssel dran. Auch von hinten, ganz normal, nicht beglimmert. Dann habe ich, ach, das nervt mich ja ein bisschen, einmal dieses Herzchen. Auch mit einem Schlüsselchen dran. Da werde ich noch einen anderen Schlüssel dran, also ein anderes Band dran machen, das nervt mich ein bisschen. Das werde ich noch ändern. Das ist dieser blöde Sekundenkleber, weil sich das nämlich, nach einer Zeit löst sich das da raus. Das ist nämlich bei meinem Anhänger passiert und deswegen klebe ich das jetzt immer fest, aber der Sekundenkleber läuft raus. Das ist echt doof. Und bei manchen Bändern fällt das ganz doll auf. Ach, also das werde ich noch ändern. Ja, und Rosa Blüte. Genau. Aber wie gesagt, das werde ich ändern. Und einige Sachen habe ich auch schon in der Wander Shop. Also in der Wander Shop ist eigentlich nur ein oder zwei Sachen jetzt von den aktuellen Sachen drin. Aber auf jeden Fall sind sie zu finden auf meiner Facebook-Seite unter charnera.diy. Da sind schon einige Sachen drin. Das habe ich schon geschafft reinzusetzen. Schaut doch am besten da mal vorbei. Ja, und dann habe ich noch diese Schlüsselanhänger gemacht. Einmal mit so einem Ring dran. Und dann ein goldenes Band. Mit Engelsflügel und weißer Strassblüte. Ja. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn euch jetzt was besonders gut gefällt. Geht natürlich auch. Weil wie gesagt, alles ist noch nicht im Internet, im Shop, aber einiges. Dann habe ich noch so einen gemacht. So ein Organza-Band dran. Und eine Handmade Hand, sozusagen. Gold. Hier ist es so ein bisschen Rosé-Gold. Ich habe das da einfach mal ausprobiert, mit mehreren Farben zu spielen. Aber es gefällt mir irgendwie nicht so gut. Hier habe ich wieder so ein Herzchen. Mit diesem Band. Auch mit Schlüssel. Ja. Dann habe ich einmal auch mit Schlüssel Ring und Band. So eins. Auch mit einem Schlüsselchen dran. Mit gelber Strassblüte. Ja. Genau. So. Dann habe ich noch andere Herzen gemacht. Mal eben suchen. Zwei, drei, vier. Als nächstes muss ich die Magneten nehmen. Die kleben hier alles dicht. Und zwar habe ich ein rotes Herzchen mit einer rot-gelben Fimo-Blüte drauf. Ich glaube, ich werde die Fimo-Blüte noch lackieren. Das gefällt mir besser, wenn sie lackiert ist. Und dann so ein Band made with love. Und einen kleinen Schlüssel an. Wie heißt denn das? Na, wie heißt denn das? Ich komme nicht drauf. Oh, wie peinlich. Schloss. Genau, mit einem Schloss dran. Och, nee. Auch hinten ist das so belassen. Auch nichts gemacht. Ja, das gefällt mir total gut. Dann habe ich so ein Herz gemacht. Love Love steht drauf. Mit einem kleinen Sticker eingegossen. Hier so einen kleinen Jelly aufgeklebt. Ein Sternchen dran gemacht. Ein rosa Band mit weißen Tupfen drauf. Und auch das ist ganz normal weiß. Und es glitzert natürlich auch. Was man jetzt irgendwie in der Kamera nicht so sieht. Meine Tochter fand das Herz ganz toll. Und hat heute vorgelesen. Und hat gelesen, Lofé, Lofé. Ich fand es total witzig. Ich musste so lachen. Jetzt machen wir uns da mal einen Spaß draus. Das ist Lofé, Lofé. Also, wie gesagt, Love Love. Und ja, ganz niedlich. Für Verliebte oder auch einfach nur so. Für alle, die die Herzchen mögen. Dann habe ich hier ein grünes Band mit weißen Punkten. So Kiwi-farben. Mit zwei verliebten Kätzchen drin. Auch das Herz glänzt. Habe hier noch ein passendes Steinchen aufgesetzt. Und Sternchen. Und als Anhänger, als Charm, ist eine Katze dran. Auch hinten ganz normal gelassen. Und ja. Und dann habe ich noch ein Herzchen mit einem bronzefarbenen Glitzerband. Mit Pfote. Und hier sitzen so zwei kleine Kawaii-Kätzchen in einem Korb. Das habe ich so gelassen. Fand ich total niedlich. Und das gefällt mir auch richtig gut. Ja. Ja. Als Charm ist eine kleine Pfote dran. Ja. So. Dann mache ich als nächstes, wie gesagt, die Magnete. Die gläten hier meine ganzen Dinger zusammen. Und wie viele Magnete habe ich denn eigentlich? So. Fünf. Und zwar habe ich einmal hier eine kleine schwarze Pfote mit roten Tatzenabdrücken und goldenes Stäbchenglitter drin. Und habe auf eine Tatzen, auf einen C-Abdruck so ein kleines Sternchen gesetzt. Hinten ist ein kleiner Magnet dran. Und die sind so aus China. Habe ich aus Chinesien gekauft bei Wish. Beziehungsweise mein Mann. Und die sind Bombe. Die halten so stark, obwohl die so klein sind. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Also die können echt einiges tragen. Ich habe hier mal, vielleicht funktioniert das ja, eine Schere. So eine kleine Bastelschere. Und da hält sogar eine Schere dran. Also das ist echt irre, was sie halten. Dafür, dass sie so klein sind. Sind wirklich richtig, richtig gut diese Magneten. Kann ich nur jedem empfehlen. Also da habe ich mir auch heute gleich nochmal welche nachgeordert. In Großpaket. Ich glaube 100 oder 50 oder 100 Stück. Ich weiß es nicht genau. Müsst ihr mal googeln. Für einen Euro. Ist echt super gut. Also googeln bei Wish natürlich. So, dann habe ich hier noch ein durchsichtiges Pfötchen mit blauem Glitzer. Habe ich reingemacht. So türkisfarbenes Glitzer. Und habe hier lila. Und habe auch hier eine kleine Blume. Genau. Auch dieser kleine Magnet hinten drauf. So, dann habe ich noch eine rote Pfote mit schwarz. Und das glitzert so viel, da habe ich gar nichts mehr drauf geklebt. Weil ich dachte, das reicht eigentlich auch. Aber diese Katzenpfötchen, die werden ja leider nicht so. Weil bei mir kommen ja immer... Das sind auch die einzigsten irgendwie, die geworden sind. Weil bei mir kommen irgendwie immer kleine Bläschen rein. Bei diesen Katzenpfötchen. Das nervt mich ein bisschen. Ja, auch mit so einem kleinen Magnet hinten dran. Also für die kleinen Pfötchen reicht es vollkommen. Dann habe ich noch zweimal diese Hundefote. Oder Katzenpfote, wie man es sehen will. Ich habe hier eine kleine Katze draufgesetzt. Auf den Ballen. Hat mir ganz gut gefallen. Ist ein bisschen dezent. Und da habe ich auch einen größeren Magneten hinter gemacht. Oh. Das ist vom Klebers. Ist aber nicht weiter dramatisch. Weil diese kleinen würden da nicht mehr ausreichen. Die sind schon einen Tick größer. Und die sind auch einen Tick dicker. Und ja. Da müsste man einen stärkeren, größeren Magneten nehmen. Dann habe ich noch einmal so ein kleines Pfötchen. Auch in Türkis durchsichtig. Mit rosa Ballen. Und dann habe ich hier noch ein kleines türkisfarmenes Steinchen aufgesetzt. Ja. Auch einen dickeren Magneten draufgesetzt. Ja. Gefällt mir auch total gut. Dann habe ich wieder mal Schwanzflossen gegossen. Und meine Schwanzflossen. Drei Stück sind es. Einmal habe ich diese Schwanzflosse gegossen. Da hängt eine kleine Libelle dran. Passt zwar nicht so ganz. Aber ich habe die so in mal so Creme und Aprikot gegossen. Und die ist richtig toll geworden. Also ich liebe ja sowieso diese Schwanzflossen. Aber die ist richtig toll. Zu einem weißen Organza. Also cremefarmenen Organza-Bändchen dran. Ja. Gefällt mir richtig gut. Auch hinten habe ich noch Glitzer drauf gestreut. Dass das ein bisschen mehr glitzert. Ja. Dann habe ich eine lila Nanu. Das ist ein bisschen verdreht hier das Band. So. Eine lila pinke Flosse gegossen. Mit so einem gehäkelten Band dran. Und noch einem Schlüsselring. Und dran gehängt habe ich hier diesmal einen Anker. Und hier so ein kleines Strasssteinchen aufgeklebt. Und die ist hinten normal gelassen. Also da ist nichts drauf. Kein Glitzer oder so. Weil hier vorne glitzert sie ja schon genug. Und ja. Genau. Die haben ungefähr eine Länge von 20 Zentimetern. Und die sind, also diese und die nächste, Die sind auch schon bei, ähm, in meinem, auf meinem, in meinem Facebook-Shop drin. Da könnt ihr ja so gerne gucken. Oder wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail. Genau. Dann habe ich noch eine weiße mit schwarz und rosa. Da habe ich auch so ein kleines Strasssteinchen aufgeklebt. Von hinten so gelassen. Als Anhänger ist diesmal ein Sternchen dran. Und ein pinkfarbenes, gehäkeltes Band. Passend, ähm, zu dem Pinkchen vorne drauf. Und hoppala. Ja. Und was soll ich noch zu den Schwanzflossen sagen? Sie gefallen mir total gut. Ich liebe diese Schwanzflossen. Und, ja. Ist immer ein tolles Geschenk. Also, ich habe auch schon ganz viele verschenkt. Und die kommen echt gut an. Also, falls ihr mal ein individuelles Geschenk sucht. Ich mache das natürlich auch so, wie euch das gefällt. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte eine schwarze Flosse oder eine lila Flosse oder eine gelbe Flosse. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Und dann habe ich noch Pfötchenanhänger für fünf Stück an der Zahl. Und dann fange ich am besten mal an mit diesem hier. Und zwar ist da eine Blume dran. Ein Blumenanhänger. Ein lila-weiß kariertes Band. Ein Pfötchenanhänger. Und die Pfote ist gegossen mit weiß, also durchsichtig, transparent, mit türkisem Glitzer. Jetzt kann ich das nicht so rum. Muss ich es auf dem Kopf. Hier muss die Pfote auf dem Kopf stehen. Und habe hier noch so eine kleine Strassblüte aufgesetzt. Ja, gefällt mir auch total gut. Von hinten so gelassen, weil es sieht total hübsch aus mit diesem Glitzer drin. Ja. Dann habe ich eine schwarze Pfote. Auch wieder mit Rot und Gold. Habe ein goldenes Sternchen noch aufgesetzt. Ein Pfotenanhänger dran gemacht. Pfotenscharme und diesmal an einem Herzchen-Schlüsselanhänger mit einem roten Band. Und auch von hinten so gelassen. Man sieht ja noch Glitzer. Dann habe ich eine weiße Pfote mit lila Ballen. Da habe ich dann noch ein lila-weiß gepunktetes Band dran. Jetzt hat sich das hier schon wieder verdreht. Mit einem Blumenschlüsselring. Pfötchen Charm dran. Und habe da noch ein kleines Herzchen auf den Ballen gesetzt. Und hier zwischen auch noch ein paar Strasssteine gesetzt. Fand ich mal ganz witzig. Und von hinten auch nichts dran gedacht. Upsala. Einfach weiß gelassen. Und den finde ich auch richtig schön von den Farben. Gefällt mir richtig gut. Dann habe ich noch Katzenpfötchen gegossen. In durchsichtig Türkis mit rosa Ballen. Und klein habe ich hier noch ein türkisfarbenes Strasssteinchen aufgesetzt auf den Ballen. Auch ein Pfotenscharm dran. Ein türkisfarbenes Band. Und ein Herzchen-Schlüsselring. Genau. Da kann man auch noch was dranhängen. Kann man entweder als Schlüsselanhänger, als Autoschlüssel oder so. Ja. Genau. Und der letzte Anhänger ist auch wieder ein roter. Ist eine Katzenpfote. Rot mit schwarzen Ballen. Da habe ich diesmal nichts draufgeklebt. Mit einem kleinen Pfötchen dran. Pfötchen Charme. Von hinten nichts. Ein schwarzes Band. Und ein ganz normaler, runder Schlüsselring. Und genau. Wenn euch das ein oder andere gefällt. Wie gesagt, meldet euch. Schreibt mir gerne. Ihr habt mir leider auch immer noch nicht geschrieben, ob ihr mal Lust hättet auf andere Bastel-Updates von mir. Ich mache ja auch noch andere Sachen. Also ich kann euch jede Menge noch von Fimo zeigen. Oder mal mit Nespresso-Kaffeekapseln. Oder mit Aludraht. Wie auch immer. Würde mich mal interessieren, ob ihr da Interesse dran habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.